Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit unserem Abort. Nein, das ist nicht der neue VTG Turbolava mit variabel verstellbarer Geometrie am Motor, sondern das Scheißding ist lose. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber mir geht dieses Ding so dermaßen auf dem Piss. Vor allem guckt euch mal an, hier ist schon so viel Spalt zwischen, werden wir jetzt nicht gefilmt kriegen, aber es ist kein Wunder, dass das Ding im mittleren Bereich keinen Druck mehr macht, weil das ist ja wie dauerhaft ein Waste-Gate offen. Waste-Gate, diese Dose, die geht hier rüber, da ist eine Klappe. Wenn Ladedruck X erreicht ist, geht die Klappe auf und die Abgase gehen von hier direkt in der Dawnpipe. Was macht der Schlitz hier? Die Abgase gehen einfach gar nicht erst durch den Drogen, sondern gehen gleich heraus. Das war auch so krass, dass hier eine halbe Kühle angesenkt ist. Okay, krass. Das ist einfach so scheiße. Ist auch egal, was ihr mir jetzt sagen werdet, mit Loch durchbohren, Splint Kronenmutter, Drahtsicherung. Guckt euch einfach an, wie diese Kupfermotoren schon wieder aussehen. Die sehen aus, als wenn die da 8000 Jahre durch den See gezogen wurden. Hier ist weder Platz großartig für zwei Muttern, für wie auch immer, es ist einfach egal. Wir machen jetzt genau folgendes. Den Tipp, den ich am meisten bekommen habe, ist bestellt vom Honda, die Bolzen seit Mutter. Das werde ich jetzt tun. Dafür werde ich hier allerdings eine Helikol reinmachen müssen, weil das ist MC-1,5. Das ist Feingewinde. Wenn dieser Bolzen dann dort drin steckt, werde ich es mir zusätzlich nicht nehmen lassen und werde mit Tom Schweißnäte machen. Ich weiß, ihr wollt es nicht. Ich habe aber Bock drauf. Ich werde eine richtig schöne kleine Steppnaht hier an der Seite machen. Hier und hier. Ganz ehrlich, für mich ist einfach wichtiger, dass dieses Gehäuse da jetzt einfach drauf bleibt, weil die Male, die ich fahren kann, sind nun mal für mich wirklich kostbare Zeit. Ich will fahren, ich will nicht immer schrauben. Für mich muss dieses Ding jetzt hier einfach fest bleiben. Warum, wieso, weshalb kann ich nicht sagen. Wird irgendeine Kombination aus Downpipe, Titan, Abgasgehäuse, zweimal Edelstahl, ach keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich glaube nicht, dass eine Schweißnaht aufknackt. Also selbst wenn, also ich sichere es mit Schrauben und mache die Nähte, wenn ich irgendwann noch mal dran muss, dann ist es für mich das einfachste der Welt, hier mit einer Flex einmal ganz kurz reinzuhalten, dass dort ich das Gehäuse wieder auf dem Kopf halten kann. Soviel dazu Teil 1. Jetzt geht es weiter. Ich glaube, dieses Video wird eines der krassesten Videos, was den Out angeht. Zumindest was einen Fortschritt angeht, was den Rennsport angeht, was Geilheit angeht und was am Ende Brutalität angeht. Aber wir gehen mal nach nebenan, da muss ich euch erstmal was zeigen. Darf ich vorstellen, der erste Abarth GT3, GT4, ach ich habe keine Ahnung, aber ich finde es extrem geil. Er ist tatsächlich in Spanien von Canaburo Design zu kaufen. Keine Ahnung, ob die da die übelst krasse Rennserie in Spanien fahren, aber es gibt tatsächlich für den Abarth einen kompletten Unterboden in Carbon. Und auch nicht für unbezahlbar teuer, sondern eigentlich sind das drei Teile. Vorne, hinten und noch ein Diffusor. Diffusor habe ich wirklich gerne in Alu. Aber jeder, der schon mal was gebaut hat, weiß, dass man diese Form niemals hinbekommt. Weil das Geile ist, jetzt kommen wir nämlich zu den Details. Das Teil hier ist wirklich, ich bin gespannt, wie es passt, Plug and Play. Also selbst, hier seht ihr 40, 95 Millimeter, da sind überall Spacer mit Geliefe. Die schraubt man an originale Gewinde an der Karosse, dann kommt das Teil drunter und fertig. So, jetzt zum eigentlichen Highlight. Ihr seht, das ist komplett zu. Das heißt, selbst der Auspuff wird in dieser Vertiefung mit der Belüftung laufen. Achso, ja, in meinem Fall, das ist leider das Problem. Spanien-Versand ist natürlich kaputt angekommen. Das hat Mike, Dr. Kleb und Dicht, schon instant gefixt, dass wir das wieder anbauen können. Ähm, nein. Ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, wenn ich das Ding in Alu gebaut hätte, reden wir von locker 400, 500 Euro allein Alu. Das heißt, wenn es jetzt für 800, 900 Euro alles in Carbon gibt, ist das schon ein guter Deal. Plus, man kriegt das halt niemals so geil in Alu gebaut, weil diese ganzen Konturen und wie geil das unter einem Auto sitzen wird, dann guckt man, das ist die Schwellerkante, das heißt, das Ganze sogar tiefer als das Auto. Und dann kommt auch noch dazu, dass sie sich da richtig Gedanken beigemacht haben. Hier vorne geht die Luft rein. Das heißt, wir haben einen richtigen Luftstrom unter dem Motor, Ölwanne und Getriebe. Selbst dahinter haben sie quasi noch mal ein Spoiler gesetzt, dass die Luft nicht nur reingeht, sondern komplett hier drin verwirbelt. Und hier, seht ihr ja, in diesem Schacht geht die Luft sogar wieder raus. Zusätzlich liefern die sogar noch solche Dinger mit. Die kommen so auch noch drauf. Das heißt, die Luft, die dann auch da ist, soll da auch unten raus. So, und ich hoffe, dass das thermisch mit dem Auspuff in der Mitte passt. Ich frage mich gerade, wie viele die dir wohl davon verkaufen? Also wie viele sich sowas anbauen? Ich kann es dir nicht sagen, aber dafür eine Form machen und so ist halt wirklich... Also, vorsichtig gesagt, ich sage, ein normales Auto mit normalen Katalysatorauspuff und so weiter, funktioniert das im Straßenverkehr thermisch niemals. Weil gerade Carbon ist wie ein Ofen. Ich bin gespannt, ob wir es thermisch in den Griff bekommen. Noch war alles kalt genug, dass ich schon glaube, dass das geht. Aber wild. Richtig wild. Also, wenn das da drunter steckt, muss ich mir erst mal ein Bier aufmachen und muss erst mal am Ende genießen, glaube ich. Weil das war, so wie es hier liegt, war das immer mein Traum für alle Autos. Egal ob Oma oder egal ob Limo. Es ist einfach perfekt. Man hat überall Kanten, Vertiefung, Versteifung. Es ist einfach genauso, wie wenn man etwas zeichnen würde, wie es aussehen soll, dann würde es genauso aussehen. Mit dem einen einzigen Unterschied, diese Vertiefung hätte ich natürlich nicht reingemacht. Das ist für die originale Ladluftkühler, links, rechts. Egal. Ist für meinen Zweck vollkommen ausreichend. So, Thema Diffusor. Da kommen wir jetzt zu. Diffusor habe ich nicht genommen, weil ich würde gerne den Diffusor lieber aus Alu selber bauen. Weil, wenn wir jetzt schon den Ausprofil durch die Mitte legen, dann würde ich gerne den Ausprofil wegnehmen. Jetzt gerade hängt hier quer ein fetter Topf. Da drüber, dass ich das selber halten würde. Das heißt, wenn wir diesen geilen Luftstrom unter dem Auto, welcher wirklich weltenbesser sein muss, weil aktuell ist alles in diesem Auto offen. Jetzt haben wir bestimmt, wenn ich das so sehe, also diese Teile hier müssen ja irgendwo unter dem Auto stehen. Das heißt, wenn die Höhe hier Platz ist, wisst ihr, wie tief das Ding unten ist. Das heißt, der Unterfahrschutz ist viel, viel, viel tiefer. Das heißt, wir haben weniger Platz unterm Auto. Das heißt, die Luft unterm Auto ist schneller. Ja, so, wenn die Luft jetzt schon schneller ist, dann will ich sie nutzen und will hier hinten einen richtig geilen Diffusor einzimmern. Weil wir haben ja eh das Problem, dass das Heck relativ nervös ist, die Reifen nicht warm werden und so weiter. Das heißt, wir wollen ein bisschen Anpressdruck auf der Hinterachse erzeugen. Dafür muss hier hinten der Auspuff weg, weil der Auspuff, der hier quer sitzt, das könnt ihr vergessen. Ich will mit dem Diffusor steigen nach oben. Das heißt, der muss da weg. Das heißt, das nächste, was wir jetzt machen, ist ein Titanauspuff bauen. Wir haben ja schon gute Erfahrungen mit der Downpipe gemacht. Deswegen geht es jetzt weiter mit Auspuff. Mein Plan ist es, das Ganze übrigens in kürzester Zeit, das heißt, Tom kommt heute Abend und dann geht es auch direkt los. Ist aber nicht so wild, weil der Auspuff geht nur von hier geradeaus durch. Hier will ich in der Mitte einen Topf machen. Der alte Auspuff hatte gar keinen Topf in der Mitte. Dann gehen wir über die Achse und gehen dann hinten in den Diffusor ein. So ist der Plan. Das heißt, ich denke mal, topfmäßig haben wir ein ähnliches Volumen. Ich bin sogar schon am überlegen, wo wir diese Platte vielleicht doch überall dran machen können. Weil Alu ist auch wirklich teuer geworden, plus die Arbeitszeit und Stunden, die da so reingehen. Deswegen lasst euch von dem Preis nicht erschrecken. Ist in dem Fall wirklich vollkommen gerechtfertigt. Ich will nicht wissen, was sowas, wenn es Autos gibt, wo sowas original darunter ist, was sowas kostet, das wird... Also, das muss ich für die, scheinbar für die Spanier, irgendwie rechnen, weil alleine, was das an Materialpreis ist. Ja, okay, nee, egal. Das heißt, damit wir weitermachen können, brauchen wir jetzt erstmal einen Auspuff, weil wenn der Auspuff sitzt, können wir hinten den Diffusor angehen. Das heißt, jetzt als erstes Auspuff bauen. Nee, stopp, erstmal einmal wiegen. Die haben übrigens auch noch eine GFK-Version davon, die ist noch witziger. Aber da man jetzt ja schon im Gewicht eine Rolle spielt, dann müssen wir das Ding einmal wiegen, ey. 1,95 Kilo. Jetzt muss ich mal dazu sagen, das Gewicht, das lässt sich ultra schnell machen, das Gewicht an der Stelle ist so mit an der besten Stelle. Tiefer geht nicht, da ist Gewicht aus Erfahrung gut, aber trotzdem, je weniger Gewicht, noch umso besser. So, der hier ist ein bisschen schwerer, das leist man schon, der ist ein bisschen massiver auch. Ich glaube, mal so 5 Kilo hat der. 4,9 Kilo. Gut geschätzt. Nee, habe ich nicht geschätzt, ich weiß, also 5 Kilo. Gut, muss ich in dem Fall tatsächlich mal so ehrlich sein. 5 Kilo und 2 Kilo, 7 Kilo. Plus die Fußorte, die wir dann noch bauen. Aber, ja, Nico, du willst Feierabend machen, ist schon wieder spät. Ich denke mal, ich werde mit Tom noch den Auspuff bauen und dann geht's weiter. Geil, oder? Mega. An erster Stelle vielen, vielen Dank an Tom fürs Schweißen, wie immer. Mittlerweile hat er selbst Titan in Windeseile drauf. Nur das Durchschweißen dauert wirklich, da das Ganze formiert wird, deutlich, deutlich länger als normal. Also das war immer wieder eine lange, eine lange Nacht. Der Schalldämpfer gibt's von Fox. Der Schalldämpfer gibt's von Fox, wieder perfektes Deutsch hier. Den Schalldämpfer gibt's von Fox, weil Fox baut tatsächlich alle von ihren Universell-Schalldämpfern auch in Titan. So, das heißt, hier im Katalog kannst du aussuchen, welche Topfgröße du haben willst, und den bauen wir einen Titan. So, das heißt, dieser Topf, wie ihr seht, ist ungefähr so groß wie der alte. Also das ist wirklich nicht viel mehr, nur dass der Topf nicht hinten quer liegt, sondern jetzt im Mitteltunnel ist. Weiterer Unterschied, 70 mm, 76 mm. Guck, man hört's schon, ne? Ich hoffe ja echt, dass es nicht zu blechern wird hier. Erste Titanausbruchanlage. Im Rennsport hört man eigentlich, dass die alle reißen. Die ganzen Akapowitsch-Anlagen für die D3s und so. Auch M3, M4. Egal, wir fahren jetzt nicht so viel. Was cool ist, Titan baut man eigentlich immer aus diesen PyCuts. Und man muss wirklich mit den PyCuts nicht so gut bauen wie mit Rohrbögen, weil dadurch, dass das so kleine Scheibchen sind, kriegt man die immer so gedreht, dass es am Ende passt. Entweder man steht drauf, man findet es geil, so wie es hier jetzt aussieht. Oder nicht. Ich weiß nicht. Ich finde eigentlich Rohrbögen schöner, ehrlich gesagt. Weil es irgendwie strömungstechnisch geiler ist. Aber das hat schon auch was, ne? Echt? Also ich finde das mega geil. Ja. Genau. Flexrohr hatten wir drin. Haben wir jetzt auch wieder drin. Da war ich allerdings zu geizig, einen Titan-Flexrohr zu kaufen. Selbst das gibt es. Das kostet allerdings irgendwie, was weiß ich wie viel, 100 Euro. Deswegen habe ich mir das Leben einfacher gemacht. Und habe einfach wieder von uns ein normales Edelstahl-Flexrohr hier zwischen gemacht. Mit zwei V-Anschellen. Das heißt Titan-Edelstahl-Titan. Das ist ein bisschen weicher als das letzte. Um mal ein bisschen mehr Bewegung in die ganze Putze da reinzukriegen. Ja. So. Spannender Moment. Gewicht. Das wird krass jetzt. Das wird echt krass. Weil? Wir müssen das mal anders machen. Nico, du musst mal den Ausbruch hochheben. Aber wir machen es mal so. Ich hebe erst mal den hier hoch. Ja, das ist ja nur ein Edelstahl-Flexrohr hier. Nee, da musst du jetzt auch einen Edelstahl hochheben. Okay, der wiegt schon was. So, und jetzt den ganzen Titan-Ausbruch. Alter. Das ist ja wie Plastik. Das ist schon krass. Also, wenn man da einmal mit anfängt, wird das zu einer richtigen Sucht. Das ist schon krass. Deswegen stand für mich auch klar, mit diesem Umbaus-Vap, ich habe mich ein bisschen geweigert. Ich glaube, der Unterboden liegt schon seit einem halben Jahr. Weil ich wusste, in dem Moment, wenn ich den Unterboden da runterklatsche, möchte ich den Diffuser so bauen und möchte den Ausbruch so bauen. Das ist ein heftiges Upgrade in diesem Video. Definitiv. Sowohl wieder vom Arbeitspensum her, als auch von den Fortschritten, die man macht. So. Gewicht. Ist schwer. Ich habe die mal genullt, dass ich die Sachen einfach in der Hand lehnen kann. Das ist in dem Fall einfacher. Alleine dieses Rohr hier wiegt 6,6 Kilo. So, nicht erschrecken. 12,1. Das heißt, wir haben zusammen 19 Kilo. Diese 12 Kilo sind eigentlich allerdings perfekt da, wo sie waren. Zwischen den Hinterrädern, ganz tief hängend, ist eigentlich für die Balance des Autos perfekt. Deswegen tut es auch ein bisschen weh, die da wegzumachen. Das Gewicht will ich definitiv mit dem Diffusor wieder ausgleichen. Deswegen ist es auch nicht schlimm, dass wir den Diffusor aus Alu bauen. Weil diese 10 Kilo würde ich wirklich gerne da hinten wieder haben. Aber, jetzt kommt es. 4,7 Kilo. Das heißt, wir sind von 19 Kilo auf 4,7. Okay, jetzt kommt noch ein bisschen Flexrohr davor und hinten noch ein bisschen was dran. Egal, wir haben in Summe allerdings 13 Kilo gespart. Und bei dem Auto nochmal 13 Kilo finden, sind wirklich weh. Das heißt, ihr habt ja eben gerade einen Unterboden gesehen. Wir werden am Ende ein krasseres Auto haben mit Glück weniger Gewicht. Das heißt, dann alles richtig gemacht. Letzter Punkt jetzt noch, bevor ich das Ding hier anbaue. Wir haben erst überlegt, ob wir euch das Ganze zeigen, wie wir es am Auto bauen. War aber wieder Nacht und Nebel. Deswegen werden es einfach fertig gemacht. Muss auch einfach mal sein, weil wir wollen halt auch einfach vorankommen, fertig werden und nicht alles so in die Ewigkeit entziehen. Ihr seht, da fehlt noch ein Stück. Das heißt, ich muss jetzt alles montieren und dann müssen wir von dort aus irgendwie in den Diffusor rein. Das heißt, erst Diffusor bauen jetzt, dann alles montieren. Und dann müssen wir irgendwie von dort aus durch den Diffusor nach draußen. Das heißt, wir können sogar die Abgase im Diffusor nutzen für den Effekt. Let's go! Thema Diffusor. Was ist eigentlich ein Diffusor? Ein Diffusor hat folgende Aufgabe. Wir wollen nach Möglichkeit, dass die ganze Luft unterm Auto möglichst schnell und gerade unterm Auto strömt. In dem Moment, wenn sie dann aber an den Diffusor kommt, macht die Luft quasi ein Schacht auf. Das heißt, die Luft wird auseinandergezogen. Sie strömt in dem Moment langsamer und es entsteht ein Sog, weil einfach die Geschwindigkeit weniger wird und die Luft auseinander geht. Dieses Auseinandergehen, dieser Unterdruck zieht das ganze Auto hinten runter. Das ist eigentlich die Funktion vom Diffusor. Dabei kommt es auch darauf an, dass man möglichst viel Höhenunterschied hat. Natürlich jetzt nicht einfach sagen, hier 90 Grad, größter Höhenunterschied, natürlich Quatsch. Wir brauchen natürlich schon einen Winkel. Der Winkel ist meistens technisch vorgegeben, bauraumtechnisch. Und das gucken wir uns jetzt genau an. Diesen Diffusor wollen wir aber aufs Maximum hier reinknallen. Genau deswegen sagte ich ja schon, müssen wir den Auspuff umbauen, da kommen wir später zu. Der hing sonst immer genau hier. Deswegen ist auch das Gewicht, was wir jetzt hier mit einem Alu-Diffusor reinmachen, natürlich wäre Carbon leichter. Aber ich weiß, das Gewicht hier wird mir definitiv helfen. Das ist gut an der Stelle, weil es ist unter der Achse. Das heißt, selbst beim Bremsen hebt es nicht das Auto aus, sondern zieht das Auto eher runter. Deswegen werde ich den auch hier relativ massiv bauen. Ich denke mal 2,5-3 mm Alu. Weil das Gewicht, also ich will auf jeden Fall das Gewicht vom Auspuff ausgleichen durch den Diffusor. Weil dann weiß ich, dass es am Ende gewichtstechnisch übergut wird. So, jetzt müssen wir uns mal so grob überlegen, was wir machen. Und optimalerweise haben wir natürlich nicht nur einen geraden Diffusor, sondern der hat ein paar Bögen drin. Hier sehen wir schon mal, original war der Diffusor daran fest. Das ist mir natürlich viel zu flach, das wäre auch kaum Winkel. Deswegen, die Dinger kommen auf jeden Fall weg und dann ist unsere Mulde auf einmal der Punkt. Das sieht doch hier schon mal eigentlich ganz geil aus. Vielleicht können wir noch ein bisschen tricksen, indem wir hier noch einen kleinen Knick reinmachen, dass wir sogar noch ein bisschen mehr so kommen. Aber dann, glaube ich mal, eigentlich sind wir so auf dem richtigen Weg. Achso, guck, eine Sache sehe ich jetzt hier gerade. Wenn wir natürlich hier lang gehen, das wird ein Problem werden. Das Auto ist jetzt gerade eingefedert. Wir werden leider den Diffusor hinten aussparen müssen im Bereich von der Achse, wo die Feder, das Federbein ist. Weil hier werden wir definitiv nicht drumherum kommen. Das ist nicht schlimm, weil jetzt am Ende ja durch das Achsteil wieder ausgefüllt ist. Aber wir sind jetzt gerade noch eingefedert. Das heißt, wenn das Auto jetzt ausfedert, kommt das sogar noch runter und würde dann das Recht auf den Diffusor legen. Das heißt, das muss definitiv weg. Aber jetzt seht ihr hier eine Rundung. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit der Rundung? Ehrlich gesagt würde ich es mir erstmal einfach machen und würde am liebsten den ganzen Diffusor einfach nur aus einer Blechkantung machen. Das heißt, übertrieben gesagt, ist das hier am Ende der Diffusor. Weil es ist einfach gemacht. Wir nehmen einfach eine Aluplatte, zeichnen uns das an, kanten es und abfahrt. Jetzt gibt es die Variante, wir schneiden die Stoßstange noch weiter ein. Weil ihr seht ja, wir kommen hier in diese Ecke oder wir bauen es genau in diese Ecke. Ich würde es auch, glaube ich, ehrlich gesagt genau in die Ecke bauen. 1060 habe ich schon mal in der Breite. Jetzt müssen wir gucken, Länge. Wir können hier schön an den Unterfaschen anschließen. Na ja, da müssen wir auf jeden Fall einen Knick machen. Ganz wichtig beim Diffusor ist, dass wir keine Abrisskanten immer haben. Das heißt, man braucht an der Stelle, wo eine Winkeländerung ist, man auf jeden Fall, in dem Moment braucht man einen möglichst leichten Radius. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall schon mal einen Knick machen. Und das kriegen wir jetzt natürlich nicht gekannt ist. Ich hole mal einen Flachstahl und wir passen uns einmal den Flachstahl zum Unterboden an, dass wir eine Leere haben. Wir können leider nicht hier kanten, weil ein Meter ist zu breit für meine Kantbank. Das heißt, das müssen wir extern machen und ich mache mal einmal eine Leere dafür. Also, das klang jetzt gerade aufwendiger, als es eigentlich ist. Tada, meine Leere. Und die geht hier genau ran. Das heißt, hier haben wir einmal einen kleinen Winkel gemacht vom Unterboden zum Diffusor. Dann liegt sie hier ran. Hier geht er raus. Hier haben wir noch ein ganz bisschen Luft. Diese Luft hier zwischen, glaube ich, ist gar nicht so schlecht, weil natürlich ist auch auf dem Diffusor Luft. Man kriegt es niemals hin, die Radhäuser, den ganzen Unterboden, Tank. Ich meine, wenn ihr hier reinguckt, seht ihr ja, da kommt ja trotzdem von vorne Luft durch den Motorraum, durch die Kühler. Aber überall kommt hier Luft durch und wenn wir hier zwischen eine Entlüftung haben, genauso wie in den Stoßstangen links, rechts, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Deswegen, wir lassen das genauso. Hier jetzt extra nochmal wieder eine Welle reinmachen für die paar Millimeter. Wofür machen wir dann den Knick hier am Ende rein? Ja, der Knick ist folgendes. Erstens, ich mache mir das Leben einfach. Eine Blechtafel gibt es immer in drei verschiedenen Maßen. Ein Meter mal zwei Meter. Ein Meter 25 mal 250. Eins 50 mal drei Meter. Das hier ist genau ein Meter. Das heißt, das ist genau die Länge von einer Blechtafel. Das heißt, damit ich möglichst wenig schneiden muss, kann ich das hier so dran packen. Und das ist jetzt genau ein Meter. Das heißt, die Kante muss ich gar nicht schneiden. Das hier ist ein sogenannter Gurney Flap. Kennt ihr bestimmt zum Beispiel vom Spoiler. Die ganzen Spoiler haben ja hinten nochmal eine Abrisskante dran. Hat einfach damit zu tun, dass die schlimmste Kante, die es immer gibt, ist einfach nur eine gerade Kante. Deswegen macht man den sogenannten Gurney Flap drauf, dass die Wind, die Wind, der Wind, Ich bin der Erfinder, das Dönerschneideroboter, der dann doch hier vorbeigeht, zumindest eine Verwirbelung erzeugt, weil diese verwirbelte Luft wird besser aufgenommen von der Luft, die von unten kanalisiert wird. Das heißt, man erzeugt künstlich eine Verwirbelung, weil diese Verwirbelung sich besser anpasst als den Luftstrom. Ganz grob erklärt. Ich bin kein Aerodynamikfreak. Da brauchen wir nochmal einen richtigen Profi. Aber so grob erklärt, so soll es ungefähr sein. Diese typischen Abrisskante sieht man aber bei Formel 1 Autos wirklich überall. Also überall, wo eine Kante ist, wo die Luft quasi danach einen luftleeren Raum hat, hat man überall diese Gurneys dran. Ich habe sogar nachgelesen, wie lange sie sein müssen. Man sagt ungefähr 1-2% Sehnenlängung vom Querschnitt. Das wäre die Sehne. Das ist ein Meter. Ein Meter, ein bis zwei Prozent wären 20 Millimeter. Das heißt, hier habe ich 20 Millimeter nach oben gekantet. Und jetzt haben wir einen genauen Meter in der Länge. So geht das hier dann. Man sieht sofort, die werden im Weg sein. Und ich hoffe, dass es nicht zu lang ist. Das sieht schon ganz schön braun aus. Das ist ein Weg, ja. Andererseits, wenn es zu lang ist, abschneiden geht immer noch kürzer machen. Geht auf jeden Fall nicht. Okay. Das heißt, wir haben theoretisch, was hatte ich jetzt gerade gesagt? Hier logischerweise einen Meter, den wir brauchen. Jetzt sieht das Ganze am Ende folgendermaßen aus. Das ist dann unsere Platte. Und ich würde natürlich am liebsten diese Seiten hier, also die Flaps, die hier runter stehen. Weil ganz wichtig ist natürlich auch, dass die Luft, die nach oben geht, soll kanalisiert werden. Das heißt, wir brauchen auch quasi in Längsrichtung eine Führung. Deswegen steht hier immer genauso natürlich ein Steg runter. Und das würde ich natürlich gerne aus der Platte einfach kannten, weil es halt übelst Stabilität geht. Wir brauchen auch nicht schweißen und so weiter. Das heißt, links rechts kommt hier noch dieser Flap ran. So, den würde ich natürlich gerne vorher ran machen, dass wir gar nicht erst schweißen müssen. Das heißt, jetzt die alles entscheidende Frage. Diese Länge ist dann zeitgleich auch der Höhenunterschied vorne zu hinten. So, das heißt, wir messen jetzt als allererstes, also 75 Zentimeter haben wir vorne und hinten haben wir, hinten haben wir 3,90. Aber 94. 94 zu 75 sind 19 Zentimeter Unterschied. 190 in dem Fall, Millimeter. Das heißt, auf einen Meter Länge gewinnen wir 19 Zentimeter Höhenunterschied. Das ist wiederum der Winkel, wie die Luft in dem Moment an, also sie hat ja durch ihre Geschwindigkeit, eine, ich sag jetzt mal Masse, also eine Energie. Und wenn sie jetzt auseinander geht, will die Luft sich natürlich verteilen. Aber dadurch, dass sie halt diese Geschwindigkeit hat, entsteht eine Energie, die die Luft zusammenhält. Und dieses Zusammenhalten der Luft zieht gerade runter. So kann man sich, glaube ich, ganz gut erklären, was wir eigentlich machen. Ja, okay. Also, nochmal Kontrollmessung. Damit wir möglichst wenig von der Stoßstange zerschneiden wollen, wollen wir hier drin bleiben. 1,06 Meter sind wir auf jeden Fall erstmal auf Safe. Und 19 Zentimeter wollten wir hier runter. Passt. Ich fahre jetzt los, eine Alu-Platte holen. Einmal zwei Meter, zweieinhalb oder drei, mal gucken. Dann gehen wir einmal auf eine Kantbank und gleich bin ich wieder da. Und dann halten wir den Gerät hier drunter. Und ganz wichtig, ich muss natürlich mal eine sensationelle Leere hier mitnehmen. Weil auf der Kantbank kann ich nämlich schön das hier ranhalten. Und kann genau den Winkel von der Platte abmessen. Zieht euch dieses saftige, geile Gerät rein. Das sieht dir schon mal fast fertig aus. Der Erste hat tatsächlich gefragt, ob ich für Fritz eine Rampe gebraucht habe. Zack, hier gekantet, da gekantet. Vorher überlegt, wie die Seiten sein müssen. Seiten und natürlich auch die Luft, die von hier kommt, also die hier am Auto lang geht, hat hier auch eine Abrisskante. Ich weiß, man kann sich das schwer vorstellen, dass diese Kante wirklich für die Luft, die hier lang geht, toll ist. Aber natürlich geht hier mehr Luft durch unten als hier. Das heißt, man will lieber auf der schwächeren Seite die Verwirbelung, die sich dann an den Luftstrom hier anpassen. Da wird es nochmal ein Fach mal zu geben. Windkanal wäre immer nochmal mein Traum. Wir brauchen so einen Aerodynamik-Experten. Ich kann es nicht so gut erklären, aber ich denke mal fürs Erste reicht das. Immer wieder geil. Danke Marius, kurz an deine Hilfe. Was der Kerl an Blecharbeiten so kann. Einfach nur eins geworden, das Ding. Gefällt mir jetzt schon übelst geil. Ist jetzt zweieinhalber, wiegt ungefähr zehn Kilo. Das gleiche wie der Topf, aber das messen wir am Ende alles nochmal. Jetzt will ich das Ding hier unbedingt einmal ran stacken, den Kollegen. Junge. Wie krass sieht bitte... Diese Ansicht aus. Ich glaube, ich muss einmal von der Seite filmen. Das ist ja echt schon... Also ich hoffe, es ist nicht zu hart. Sollte das am Ende das ganze Auto verunstalten, werden wir natürlich an der Länge nochmal arbeiten. Wir können es jederzeit einkürzen. Doch, wir können es theoretisch sogar einkürzen und nochmal wieder kanten. Das geht mit ein bisschen Aufwand. Müssen wir ein bisschen was basteln. Aber ja, hier seht ihr jetzt, was ich als erstes machen muss. Die Dinger hier sind natürlich im Weg. Also ne, falsch. Hier, da liegt eine Achse auf. Auf jeden Fall, hier liegt er komplett am Federbein und der ganzen Achse an. Und das schon eingefedert. Das heißt, da müssen wir ihn auf jeden Fall massiv ausschneiden. Und dann, weil wir ihn da ausgeschnitten haben, sind die Dinger auch noch im Weg. Also in Summe kommt er noch hier locker vier Zentimeter höher. Das heißt, in dem Moment wird er auch nochmal wieder ein bisschen kürzer. Das heißt, er steht am Ende ungefähr hier. Ist schon lang. Findest du? Oder findest du es gar nicht so lang? Also ich finde, so sieht es auf jeden Fall... Also die ganzen Ecken machen wir natürlich noch schön. Das ist jetzt erstmal nur so raus. Ich finde es geil so. Ich finde es auch nicht zu übertrieben. Warte mal, ich hole mal einmal den Originaldiffuser, weil ich will einmal wissen, wie weit der Original rausguckt. Oder wie seht ihr das? Ich finde es geil. Guck mal, selbst der Originaldiffuser guckt hier schon gut aus. Also Original nicht, den ich vorher dran hatte, das Carbon-Dinge. Guck mal, der guckt schon 7,5 raus. Und hier sind wir jetzt bei... Ja, 15. 7,5 mehr. Ist jetzt nicht so viel mehr, ne? Also klar, 7,5 ist schon ein bisschen was. Aber je weiter der raussteht, je mehr bringt der natürlich auch, ne? Davon haben wir nicht vergessen. Egal, können wir jetzt eh nicht ändern. Hat jetzt die Länge. Das hier scheint gut zu passen. Wenn ich jetzt hier überlege, drei Finger hoch, dann steht der da gut in der Rundung. Das heißt, wir machen jetzt folgendes, beziehungsweise ich mache folgendes. Ich mache den jetzt als nächstes fest, weil ich habe eigentlich den Traum, dass der Diffusor einfach nur fest am Auto ist und wir die Stoßstange immer wieder abnehmen können. Das heißt, die Stoßstange wird nur draufgeploppt und der Diffusor ist wirklich für immer endfest am Auto. Weil, wenn der eine Funktion haben soll, das heißt als Beispiel, ich kann es wirklich nicht einschätzen. Ich sage mal, was schon was bringen würde, ist, wenn bei 200 vielleicht 30 Kilogramm hier hinten an dem Diffusor ziehen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht ist einer von euch, der das grob berechnen kann, wie viel das ist. Wenn 30 Kilogramm hier dran ziehen, dann muss natürlich der Diffusor auch 30 Kilogramm halten können. Und deswegen will ich den Diffusor auf jeden Fall endfest ans Auto reinschrauben, dass der für immer da fest ist, dass der niemals abfallen kann und einfach seine Funktion erfährt. Vielleicht kriege ich es sogar hin, dass wir das Auto mit dem Wagenheber hier hinten noch hochheben können. Dann haben wir das nämlich auch noch gleich. Das gucke ich mir jetzt an, aber das zeige ich euch gleich, wie ich ihn jetzt dann final festgemacht habe. So, weiter geht's im Text. Wir mussten das Ganze natürlich ein bisschen aussparen, weil da sitzen gleich die Federbeine. Wie hattet ihr gesehen, Ausbruch ist fertig. Ausbruch hängt auch drunter. Es sitzt sensationell. Nur ein Problem. Es ist einfach generell mit dem Unterboden nicht genug Platz. Also wir haben jetzt hier zur Achse. Ein Zenti. Wir haben nach oben den Zenti. Aber er liegt hier unten einfach an. Das liegt einfach daran, weil Platz zwischen Auspuff und Unterboden sind 76 Millimeter. Wenn ihr da ein 76er Rohr reinkriegen wollt, wisst ihr, was da los ist. Das heißt, als nächstes wird es wehtun. Ich habe mir jetzt hier angezeichnet. Wir werden da ein Loch reinsehen. Das heißt, man wird von unten auf den Titanauspuff gucken. Ist aber nicht schlimm, aerodynamisch zu vernachlässigen. Wichtiger ist auf jeden Fall, dass sich nicht der Tank aufheizt. Dass hier nicht alles anfängt zu brennen und einfach nur heiß wird. Deswegen in dem Fall, also optimal wäre natürlich Tank raus. Einzelrad-Aufhängung. Auspuff mittig ohne Mulde raus. Fertig. Wäre das Beste. Können wir jetzt nicht umsetzen. Deswegen werde ich tatsächlich diesen Bogen hier großzügig ausschneiden. Dann hängt das Titanrohr genau auf Höhe des Carbons. Das heißt, da kann zusätzlich auch wieder nochmal ein bisschen Luft raus. Da kann alles so ein bisschen gekühlt werden und so weiter. Ich finde das gerade für unsere ersten Versuche gut. Jetzt ein Punkt, den ich euch auch noch zeigen wollte. Thema, wie mache ich diesen Diffusor fest? Ich habe mir Folgendes überlegt. Weil man muss sich das Leben immer gar nicht so schwer machen. Hier vorne liegt der ja eh auch den Carbon-Unterfahrschutz. Der ist auch richtig fest. Nichtsdestotrotz würde ich allerdings gerne möglichst viele Punkte festmachen. Weil, wir haben ja gesagt, das Ding soll eine Funktion haben. Es ist eine riesen Fläche. Das heißt, selbst wenn wir hier nur einen minimalen Unterdruck erzeugen, ist da natürlich eine richtige Kraft drauf, die das Ganze nach unten zieht. Und deswegen fangen wir mit folgendem an. Hier unten komplett verschraubt. Jetzt habe ich mir hier schon mal drei Löcher gemacht. Da gehe ich wirklich in die Reservereitmulde. Und dann werde ich ihn zusätzlich noch komplett hier hinten auf der Kante mit der Korost verschrauben. Wir machen folgendes. Hier einfach nur einen Alustreifen dran mit einem Winkel, dass ich hier zwei geile Schrauben dran machen kann. Da muss ich nicht durch die Mulde gehen, weil das Problem ist natürlich, wir haben einen Winkel. Jetzt seht ihr hier, logischerweise zwischen Diffusor und Unterboden ist ein Winkel. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht einfach eine Schraube durch die Mulde jagen. Werden viele machen. Mach ich aber nicht, weil eine Schraube schräg ist immer doof. Das heißt, hier mache ich einfach nur einen Alu-Winkel dran. 90-Grad-Winkel, den ich passend dazu weiter umbiege. Zwei Schrauben durch, bumm, fest. Dann haben wir hier zum Glück vier Stehbolzen. Komplett. Da kann ich auch einfach, da kann man sich das Leben einfach machen, einfach hier U-Profil, Alu, so durch. Einschneiden, knicken, gewinnen dran Abfahrt. Und jetzt natürlich die Sache, diese hier, die ich gerne hier hinsetzen würde. Wie komme ich auf den Winkel? Ja, relativ einfach. Es gibt bei Amazon für schmales Geld digitale Winkelmesser. Ein Glück habe ich mir diese geile Lehre gemacht. Das heißt, ich kann jetzt mit meinem Winkelmesser, zack, hier zwischen gehen. Kann den Winkel messen. In dem Fall 12 Grad. Das heißt, wenn ich jetzt diese Alu-U-Profile hier ranschraube, hat die Aufnahme unten genau diesen Winkel. Falsch rum. So, den Winkel hat es. Das heißt, ich weiß jetzt ganz genau, wie ich den schräg abschneide. Welche Mann ist da? Das heißt, ich kann den jetzt hier einfach, ich werde ihn hier oben gerade lassen, dass man ihn einfach gerade an den Unterboden schrauben kann. Hier werde ich die schräg abschneiden. Dann einfach beide Seiten einer Alu-Platte anschweißen. Zwei Millimeter, ein Ziehmutter rein. Das heißt, wir können das Ganze dann von oben anschrauben und von unten anschrauben. Und das ist bombenfest und sieht dazu noch geil aus. Von der Theorie her fällt mir ein, genau das Gleiche können wir hier eigentlich auch machen. Weil das ist logischerweise über die ganze Länge der gleiche Winkel. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Plus die ganze lange Kante. Reicht massig. Das reicht. So, jetzt stecken wir noch an. Aber jetzt kriegt er schon mal einen Eindruck davon, wie er das Ganze mal rausgelöst hat. So, hier kann man jetzt mal einen Einfilm. Da siehst du schön, wenn ich ihn jetzt hochdrücke, wie ich ihn da randrücken kann. So, so kommt der Aluhalter da hin. Fertig. Ja, und da seht ihr halt, hier musste ich links, rechts die Aussparung fürs Federbein machen. Das ist jetzt auch eingefedert. Deswegen ist das jetzt so großzügig, weil das Ganze wird auch noch ausfedern. Auf beiden Seiten. Das ist jetzt so ein bisschen herantasten, ob es am Ende passt. Würde aber passen, weil ich habe eher zu viel als zu wenige gemacht. Ich überlege gerade, wir hatten ja im letzten Video, okay, hier muss ich noch ein bisschen mehr wegnehmen, das sehe ich so schon. Weil wir hatten ja gerade gesagt, wir haben jetzt einen Ausfederweg von 5 Zentimeter. Ich könnte jetzt auch einfach die Bühne hochfahren. Ausfederweg von 5 Zentimeter, das sind da natürlich keine 5 Zentimeter. Und das müsste nämlich auch ziemlich genau die Radmitte sein. Das heißt, wir haben da auch 5 Zentimeter. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen wegnehmen. Alter bauen. Und dann geht es auch an die finale Montage. Achso, ja, und Thema Intro. Müssen wir hier durch. Muss ich dann auch noch hier anzeichnen. Kommt dann so ein schräges Loch durch. Und die Tüte kommt irgendwo schräg aus dem Unterbruch. Das heißt, theoretisch nutzen wir sogar noch die Abgase für den Diffusor. Gucken, wie gut oder schlecht das funktioniert. Aber gut, weitermachen. Zeit rennt. Es war eine kurze Nacht, aber das Auto ist fertig. Es ist auf der Hebenbühne. Wir heben es jetzt das erste Mal hoch. Ich habe es selber noch nicht von unten gesehen, aber ich glaube, der Moment wird. Sehr gut. Weil, zieht euch das rein, wie das geworden ist. Ich muss sagen, jetzt in schwarz. Ist es nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Stabil ist es. Alleine der Diffusor sind, glaube ich, 16 Schrauben in dem 8. Weil ich wollte den Diffusor so fest in dem Auto dran haben, dass egal was passiert, er auf jeden Fall fester dran ist. Das sieht von der Seite so krass aus. Alleine, wenn du von hier so reinguckst, ne? Das ist mit Absicht so breit, weil wir haben volle Breite genutzt, die ich gerne machen würde. Mit Absicht, dass quasi die Räder auch abgeschottet sind. Hier sitzt jetzt der Auspuff. Ja, ich habe tatsächlich nach dem Pulver nochmal einen Ausschnitt reingemacht. Deswegen sieht das jetzt gerade noch so ein bisschen unschön aus. Das ist aber mehr die abgeschottene Pulverkante. Tatsächlich ein Endrohr im Diffusor. Mal gucken, ob es dadurch lauter oder leiser wird. Mein Bauchgefühl sagt mir, er ist nicht lauter geworden. Titanauspuff, hier muss man ein bisschen Platz machen. Weil das Ding soll ja am Ende fahren und ich nur stehen und es liegt hier nach oben schon an. Das heißt, es ist einfach nicht genug Platz für ein 76er Rohr in diesem Unterfahrschutz. Deswegen wollte ich lieber kein Risiko, dass es so heiß wird und lieber das Rohr rauskuchen müssen. Aber sonst so, wie das hier so links oder rechts abschließt, der Übergang hier zum Diffusor. Hier vorne, hatte ich ja schon gesagt, hat sich auch einer was beigedacht. Die Luft strömt hier rein, schön wegen der Ölwanne. Strömt unter dem Motor durch. Hier musste ich ein bisschen Platz machen für den Auspuff. Und strömt dann durch diesen fetten Auslass. Hier wieder raus. Und hier kann es zusätzlich aber trotzdem nochmal wieder ein bisschen rein für den Auspuff. Ja, einmal nur geil. Ich bin happy. War übelste Action. Also war wirklich ein riesen Step in kürzester Zeit. Aber das Ergebnis ist einfach nur geil. Jetzt will ich fahren. Jetzt will ich wissen, wie fährt das Ganze. Hat es was gebracht? Hat es nichts gebracht? Ist es vielleicht sogar negativ? Weil Thema Aerodynamik ist immer so eine Sache, die halt auch in die Hose gehen kann. Aber das seht ihr im nächsten Video. Jetzt wird erstmal gefahren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.